Herzlich willkommen zum 10. Türchen unseres kleinen digitalen Adventskalenders und heute habe ich ein paar kleine Lichttexturen für dich. Speziell für, ja eigentlich für eine Fake-Sonne. Pass auf, lass uns das gleich mal angucken. Also, das ist das, was ich heute für dich habe. Diese Texturen kannst du benutzen, um gewisse Lichtstimmungen in deinen Bildern zu simulieren. Also angenommen, du hast zum Beispiel keine Sonne im Bild, möchtest aber eine Sonne im Bild haben, dann kannst du diese dafür benutzen. Ich möchte dir ganz klar davon abraten, die Textur einfach auf dein Bild zu setzen, dann vielleicht den Ebenenmodus zu verändern und sagen, ups, jetzt habe ich eine Sonne drauf. Das ist das, was die meisten machen, was aber ganz oft eigentlich so ein bisschen in die Hose geht. Und da möchte ich dich hier so ein bisschen darauf sensibilisieren, geh einen Schritt weiter, denn wo vorher keine Sonne war oder keine Lichtquelle und du jetzt eine hinzauberst, dann verändert das ja eigentlich auch die Stimmung des Bildes. Also, wenn keine Lichtquelle vorher dort war, jetzt aber eine hin soll, dann müssen auch Schatten irgendwo hin, wo vorher keine waren. Also immer solche Sachen mit im Hinterkopf behalten. Schauen wir uns mal an, was wir damit machen können. Also, ich habe die jetzt mal in der Bridge offen und ganz egal, ob jetzt Bridge, Finder oder Explorer, du kannst sie einfach per Drag & Drop in dein Bild ziehen. Und ich habe hier schon mal ein Bild aufgemacht und hier sehen wir auch schon, was das für eine Auswirkung hat. Es ist an sich schon ein sehr, sehr gut gelungenes Bild. Wir haben einen hellen Fleck auf der, ja, von uns aus jetzt rechten Seite, rechts oben. Und dort habe ich einfach diese Lichttextur drüber gelegt, die sieht so aus und habe sie in dem Modus negativ multiplizieren gebracht. Dadurch verschwindet das Schwarz und es bleibt nur der helle Schein übrig. Und der helle Schein ist in dem Punkt der gelb-orangene Schein. Und das Faszinierende ist, wir könnten zum Beispiel jetzt auch eine Einstellungsebene wie die Farbton-Sättigung da drüber legen und über dieses Symbol hier im Eigenschaftenfenster eine Schnittmaske draufsetzen. Und das bedeutet, dass die Einstellungsebene Farbton-Sättigung sich jetzt ausschließlich auf unsere Lichttextur bezieht. Und das ist ziemlich cool, weil wir können ja jetzt auch die komplette Farbe verändern. Das heißt, wir können sogar noch mehr ins Kühlere gehen und können das Kühlere hier noch intensiver gestalten. Oder wir gehen weiter in den Rotbereich oder in Orange und intensivieren hier den ganzen Effekt. Das ist ein Beispiel. Springen wir mal ein Beispiel weiter und da siehst du, dass ich das Ganze an dieser Möwe eingesetzt habe. Das heißt, an der Möwe habe ich tatsächlich hier einen Sonnenreflex reingesetzt und habe dann zusätzlich noch eine Farbfläche hinzugefügt, die einfach in der Ebenemaske hier auf der Möwe etwas gelblich ist. Damit wir die Möwe letzten Endes auch so ein bisschen in diese Farbrichtung bringen, die eigentlich dann die Sonne verursachen würde. Wir könnten jetzt hier natürlich noch viel, viel intensiver damit arbeiten. Wir könnten auch noch vier schönere Lichtreflexionen hier mit reinsetzen. Und das ist eigentlich auch gar nicht so schwierig. Wir könnten nämlich zum Beispiel sagen, wir legen eine Farbfläche an mit einem schönen gelblichen Ton oder Orange und dann gehen wir in den Ebenemodus Linear abwählen. So, reduzieren wir ein bisschen die Deckkraft. Nicht die Deckkraft, die Fläche, Entschuldigung. Die Fläche ist ganz wichtig. Und jetzt drehen wir die Ebenemaske einfach mal um. Ja, dass sie jetzt schwarz ist. Das habe ich gemacht, indem ich die Ebenemaske angeklickt habe und jetzt Command bzw. Steuerung und I gedrückt habe, um sie umzukehren. Alternativ kannst du im Eigenschaftenfenster auch auf Umkehren klicken. Ja, kleiner Hinweis, solltest du das Eigenschaftenfenster nicht sehen, gehst du auf Fenster und sagst Eigenschaften. So, und jetzt können wir uns eine Pinsel nehmen. Ganz geringe Deckkraft von, ich sag jetzt mal 10 Prozent und ein Fluss von 100. Und jetzt zoomen wir mal rein. Ich mache die Pinselspitze mal ein bisschen kleiner. Und jetzt können wir hier leichte Lichtreflexe reinmalen. Auf der Maske natürlich. Zack. Ja, und wir können jetzt hier das Ganze etwas aufhellen. Das ist noch viel zu viel Deckkraft. Ich mache das mal rückgängig und mache meine Deckkraft von 5 Prozent. Ja, und jetzt kann ich hier so ein bisschen einen Lichtschein reinmalen. Ja, und so könnten wir uns natürlich jetzt durch das ganze Bild einmal arbeiten. Da musst du dann mal gucken, was letzten Endes für dich ganz gut reinpasst. Ich gehe mal noch ein Bild weiter, denn hier möchte ich dir zeigen, was wir oder was ich meine mit. Achte darauf, wie die Szene sich eigentlich verändern würde. Schau mal, ich habe jetzt hier einmal eine Lichttextur reingebracht. Das ist diese. Ich kann dir den mal zeigen. Das ist diese hier. Und was ich dann getan habe, ist folgendes. Ich habe die gleiche Textur nochmal in mein Bild gebracht. Also ich habe sie einmal bearbeiten, frei transformieren, unfassbar groß gemacht. Ja, und diese flächendeckende Textur, pass mal auf, die habe ich dafür genutzt, um die ganze Szene ansatzweise in die richtige Farbstimmung zu bringen. Denn wenn wir jetzt plötzlich eine Sonne reinbauen, dann muss das Ganze natürlich auch ein bisschen wärmer werden. Und dafür kannst du die gleiche Textur einfach nochmal benutzen, nur dass du sie größer machst und jetzt in den ebenen Modus zum Beispiel weiches Licht bringst. Und wenn wir jetzt die Deckkraft zum Beispiel auf 50% verändern, schau mal, dann haben wir hier auf jeden Fall eine interessante Steigerung von, wir haben eine neue Lichtquelle, plus wir haben die ganze Szenerie so ein bisschen in der Farbe intensiviert, beziehungsweise in die Farbrichtung gebracht. So, gehen wir nochmal weiter, denn jetzt möchte ich dir hier zeigen, was ich nämlich noch jetzt mal so auf die Schnelle erstellt noch gemacht habe. Und zwar, wenn ich das jetzt mal einblende, dann siehst du vielleicht, was ich meine. Das ist jetzt ganz grob einfach übermalt, aber im Grunde ist es genau das, was ich meine. Wir haben hier oben eine Lichtquelle. Und das bedeutet, dass wir hier auf jeden Fall eine Abdunklung dieser Häuserfront haben müssen. Die Häuserfront auf der anderen Seite, die darf ruhig ein bisschen heller sein, weil da scheint die Sonne ja drauf. Aber sie muss auf jeden Fall heller sein als die linke Seite. Also die linke Seite muss in diesem Punkt etwas dunkler sein. Das ist jetzt hier ein bisschen doll gewählt, gut, aber du siehst auf jeden Fall, in welche Richtung wir hier denken müssen. Und das ist an sich ja noch nicht alles, weil wir müssten eigentlich auch hier auf der rechten Seite jetzt hergehen und müssten hier leichte Glanzstellen mit einbauen. Das heißt auch hier wieder, wir legen uns eine Farbfläche an mit einem hellen Ton, Linie A abwedeln. Das ist okay. Schwarze Ebenen Maske ran. Und jetzt mit einem Pinsel wieder geringe Deckkraft müssten wir das in ganz bestimmte Bereiche eigentlich mit einmalen. Na, dass das hier jetzt auch so ein bisschen mit leuchtet. Also da, wo das Material es auf jeden Fall hergibt, dass wir hier einen leichten, überstrahlenden Anstieg haben. Ja, und so müssten wir uns jetzt hier eigentlich um die ganze Fläche einmal kümmern, um das Ganze anzupassen. Aber das ist genau das, was eine gut eingebrachte Textur von einer Textur unterscheidet, die wir einfach übers Bild legen, negativ multiplizieren und sagen, die Sonne hat geschienen. Das ist nämlich nicht so. Die Sonne spiegelt sich überall und überall müssen wir diese kleinen, feinen Details mit einbauen. Gehen wir noch ein Bild weiter und hier haben wir diese Textur. Und hier möchte ich dir eine Besonderheit zeigen, was du machen kannst. Wir haben ja jetzt gerade gesehen, dass wir die Textur so in unser Bild bringen können und das ist ein netter Effekt, wie ich finde. Wir können Einstellungsebenen in Schnittmaske auf unsere Textur setzen, um die Textur in der Farbigkeit zum Beispiel verändern. Was wir aber auch machen können, und das ist eigentlich was sehr interessantes und macht so eine Textur maximal flexibel und sehr mächtig. Wir können die Textur ohne einen Ebenemodus einfach mal hernehmen, gehen in die Kanäle und halten jetzt die Command- bzw. Steuerungstaste gedrückt, linksklick auf den RGB-Kanal und jetzt haben wir quasi die Helligkeitsauswahl von unserer Textur in eine Auswahl verwandelt. Und pass mal auf, jetzt lege ich einfach mal eine Gruppe an und an dieser Gruppe lege ich jetzt eine Ebenemaske. Und die Ebenemaske wird automatisch mit unserer Auswahl befüllt. Alles was weiß, also alles was deine Auswahl war, ist auf der Ebenemaske jetzt weiß. Und das ist sehr spannend, weil das ist jetzt letzten Endes unsere Lichttextur, allerdings als Maske auf einer Gruppe. Na ja, pass auf, jetzt können wir folgendes machen. Die Lichttextur deaktiviere ich mal, denn wir können jetzt Einstellungsebenen in diese Gruppe packen und können die verändern. Können die zum Beispiel aufhellen, können den Ebenemodus verändern und das alles in Bezug auf unsere Ebenemaske. Also wenn ich die Maske jetzt hier deaktiviere, schau mal, dann bezieht sich das jetzt auf das gesamte Bild. Aber wenn ich jetzt nur die Maske aktiviert habe, dann wird das Ganze noch eingeschränkt. Und das Spannende ist, egal welche Veränderung ich jetzt nehme, es wird auf Basis von unserer Lichttextur erstellt. Also könnt ihr zum Beispiel eine Farbfläche anlegen, mit einem gelblichen Ton oder eher mit einem orangenen Ton. Ja, könnten eine Farbbalance mit anlegen, könnten das Ganze etwas wärmer gestalten. Zum Beispiel so. Hier mache ich mal die Deckkraft ein bisschen runter. Und mit der Tonwertkorrektur beispielsweise können wir dann hier das Ganze auch noch ein bisschen intensivieren. Und du siehst, so kannst du eine Lichttextur auch in einem ganz anderen Kontext verwenden und kannst ganz interessante Effekte damit erzeugen, weil wir jetzt ganz viele Einstellungsebenen in eine Gruppe gepackt haben und diese Gruppe beschränkt wird durch unsere, eigentlich durch unsere Lichttextur. Und das ist sehr spannend und damit kannst du unfassbar viele Dinge veranstalten. Okay? Also, das ist das Türchen, was ich dir heute ja einmal geöffnet habe. Diese Lichttextur, du findest den Download natürlich wieder unten in der Videobeschreibung oder in der Rickflix-Bibliothek. Da wünsche ich dir auf jeden Fall ganz viel Spaß mit. Probier dich gerne aus, gucke gerne, aber hab immer im Hinterkopf, dass wenn du eine Lichtsituation veränderst und das kannst du dir auch gerne zukünftig merken. Wenn du eine Lichtsituation veränderst, verändert sich deine Szene komplett. Also nicht komplett, aber sie verändert sich auf jeden Fall und das solltest du mit im Hinterkopf behalten. Okay? Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ich wünsche dir viel Erfolg damit und dann sehen wir uns morgen wieder. In dem Sinne, bis dann.